Prozess, um Firmenraten abzufragen. Läuft über ein Tool, was man online eingeben kann? Richtig, unter anderem Lanyon oder Nexus. Okay, das heißt, ich haue da einfach meine Raten rein. Der Travel Manager der Firmen sagt ja oder nein. Wenn es passt, werden die Raten festgemacht und Leute können darüber buchen. Über bestimmte Restriktionen und die Raten sind dann über das Jahr verfügbar. Ja, buchen können Sie nicht darüber. Das ist rein der Prozess, um die Raten zu finden und sie zu genehmigen. Reisebüro-Buchung. Richtig, die Technologie, um für Reisebüros die Möglichkeit zu geben, Hotelbuchungen zu generieren. Aber geschaffen von den Airlines. Also ursprünglich haben die Fluggesellschaften das aufgebaut, damit die Reisebüros die Flüge buchen können für die Passagiere. Und die Hotels sind draufgesprungen und haben gesagt, Mensch, das ist ein tolles Tool, das nutzen wir auch. Richtig. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Untertitelung des ZDF, 2020